hey ein display drachen war natürlich aber acht drachen wandel ausverkauft ich muss rein grätschen weil wir haben immer 36 booster display hallo so also ja e volving skies weil drachen wandel ist aus und haben wir jetzt bock drauf ja du hattest bock drauf mega ich wurde warum also du hast keinen bock oder natürlich bock hatte schon jetzt aber natürlich live stream für euch dann später noch als video für derjenige der nicht im stream war ich habe gehört die noch da ist inzwischen ein bisschen ja was aber englisch halt na englisch ist not the yellow from the egg wenn du es mit den deutschen preisen vergleichst also wir sind natürlich gerade aktuell im live stream deswegen sind auch die avatare im video dabei aber so könnt ihr euch natürlich auch jetzt hier live stream chat im video verewigen weil die avatare mitlaufen das ist gar hier ja wie dann was das geht in baumeistern mit den straßen auf der autobahn auch so das war schon vorgelesen mit dem aufbau ja 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 kann man nachvollziehen aber oder ja safe natürlich von aber wir haben es dem christian ja versprochen dass man es stimmt ja da haben und bevor es noch ewig ist in diesem französisch ja 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 das ist übrigens die lisa für die leute jetzt gerade das video dann schauen die ist heute zu besuch mit mario das schwarze momo der war echt der war gut aber ich habe mitgekriegt lisa dass du auch instagram mäßig grad am durchstand ist warum lachst du denn wie gemein jetzt mal ehrlich habe aber warum sagst du durchstarten was ist ja weil sie regelmäßig bilder posten von was von ihren karten achso sag mal ich dachte jetzt was anderes ich sehe ich da muss sie auch machen da muss sie jetzt auch schmerzen aber aber bei instagram mit pokalist kann man ruhig einmal reinfolgen muss man auch sagen die pokalisten habe glaube ich rein folgt weil ich gedrückt habe oder habe ich vergessen habe ich vergessen zu drücken ja guck mal guck mal guck mal was machen wir mit ihnen eigentlich können wir noch können oder ja weil wir sind da auch sie ist zum beispiel können scheitze in der story draus machen ich habe heute zu gast bei kore minati hey und der wird ganz kurz im wolken skype gewirkt hey 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 zu spät rief sich dabei an kommende miljan hasch wieder karten getauscht oder war es heimlich komm für das hast Zeit mein freund ne aber mich dann in diesem tal stehen lassen du und dass man gesundheit er weiß ich ja nicht dran oder naja muss man dann mein erst so liebe willst mir die gelbe dose aus dem kühlschrank holen sie läuft ums klo aus dem kühlschrank eine weise dose dafür habe ich aber so nicht flaschen habe ich zu wenig grundlage dafür zu wenig ja ja nein nein war eine schenkung ehrenmann ja danke in and i habe ich in kolo war so eine schenkung was schenkung danke das stimmt du hast einfach die flasche weggenommen da grinsen nicht mal böser blick aber grinsen andere hätten böser blick ja natürlich aber auch blicken die eigentlich also bis jetzt auch so grausam die ist jetzt schwierig nach in wandlern weiß es war jetzt also wir haben jetzt schon ein paar schlechte packs weggeatmet dann muss ich was ja ich hoffe es wird jetzt besser ja vielleicht bei diesem booster hey kaum beschweren wir uns auch mehr richtig nice gespoilert also ist ein hit ein hit booster ich habe es noch gesagt ja was soll ich denn sagen batman ja batman das ist geil ja schelten ganz schelten was geht was geht was geht und das beste ist die werden wahrscheinlich im schaub counterparts oder in den kasten muss es nicht als musste übrigens bevor wir flüchten später noch was zwei gehen das war auf dem bus stick ja dann muss dann noch mal raus fischen ok gott sei lang war es nicht das versteigerung 3er set pikachu reichu und pittschu da werden wir eine weile gesessen custom booster oha ist geordert haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht gell wir haben gesammelt tatsächlich versteigerung der versteigerung ist vor der versteigerung aber man muss man zwischendrin erst mal wieder ein paar schätze zusammenkriegen also ich habe mir gesagt wenn bei der nächsten versteigerung so im schnitt 30 zuschauer da sind dann habe ich die box aus ja das war nur gegen gx aber im durchschnitt müssen 30 seine lorak gx mit der full art drin die es nur in der box gibt aus nacht in flammen und marschalladi hübsche aber zählst du mal aus er drückt den like knopf auch beim video so nikit webler rafland rock'n'rollern wo buffett und sein viktini der bauern buffett soll holos mit vier haben erfüllt finde ich der rest kann ja holos war erinnere ich mich aber auch an 36 displays da waren schon viele holos drin so neun oder sowas erinnere ich mich nix wissen zu lange her zu lange her ach danke lisa schmeckt am besten wenn du es bringt ist aber sehr aufmerksam und ja lisa aber das problem ist weiß nicht ob es der chat oder auch die zuschauer in den kommentaren nachvollziehen können wenn ich so red bull oder andere energy drinks auf die fast leeren mage drin ist schwierig das ertrage ich nicht so gar ja da kann man auch mal eine klatsch jola in wimax ziehen aber hier in dem eck ist halt auch nichts bei uns absolut also da vorne wäre eigentlich ich könnte man noch ein alles vorbei hast du noch fleisch alles vorbei die scharfe soße alles vorbei das ist jetzt gut aber nicht gehen ist halt irgendwie out of order ja ich hab kontakt mit ihm aber sobald es ums lieben mario hat sich immer nix ausgesucht schade willst den ganzen bulk was ich heute kaufen nehmen eventuell hat emilia geschrieben da lag die box ja hier ist die box mit dem punkt ja ja nur dass du es weiß dass das gefett fingert dass es die ist hallo bitteschön döner mit scharf wie schafft er sein alles vorbei also emilia mario schaut gerade durch ich würde mir tatsächlich die die kurser waren ne weiß ich gar nicht er meint auch von den hitz auf sie was aussuchen nicht vom bult oder er sagt nimm den ganzen punkt mit wo er kauft heute das ist die andere option wo er die anbieten ja stimmt ja jetzt willst ja stimmt du hast du immer noch nichts ausgesucht und als alternative willst den ganzen bulk was ich heute gekauft habe das ist die alternative oder zwei eis mit kammer 2 2 1 mit kammer dann nehme ich den ganzen kultemilien vielen lieben dank und die team dazu oder die teams hat er auch oder nämlich die teams wenn die kleines werden anna der licht darf es auch haben ein ludwigshafener wie heißt der depone gerne gerne schreibt da gerne mario emilia emilia ehrenaktion immer errichtet er ist mit kammer da freut sich die kleine und der große hat sich jeder verdient hat ein bisschen urlaub noch bevor es wieder los geht ich hätte eigentlich nächste woche urlaub aber rufdienste da nicht rufdienst bereitschaft bereitschaft ist es dann ja wenn das telefon ausmacht bei bereitschaft ja das ding ist halt eigentlich habe ich den urlaub aber ich bin halt wieder zu pflichtbewusst aber eigentlich müsste ich drauf so schaut es aus ich rege morgen noch ein paar dinge was ist an mann was ist an der anderen aber das laut karte ist in depone tox in wimax die ist dann ziemlich klar von der aussage thema hi wie geht es der fern ja ja ich habe gerade ich war gerade voll im pflichtbewusst oder super einstellung ich habe gerade urlaub und mir ist es egal was passiert von mir aus kann's abbrennen ja wenn ich morgen noch zwei drei dinge klären passt ja mach ich doch wenn wir noch was finden öffnen das heute noch kann das sein dass wir es nicht öffnen aber die lisa und der mario öffnen vielleicht für euch wenn das war das eigentlich schon die handy weg machen den der erfinder ich weiß gar nicht mehr bei welchem zusammenhang ich weiß mir ganz genau ich kann es mir zusammen gut dankeschön hoffen euch auch ja wie ich kinder also ich weiß denn ursprungs gedanken immer aber ich kann sein dass karte gerade im streamer dabei ist und du jetzt gerade denkst dass wir die letzten nächsten tage nur noch brot essen darf das für brot es gibt war hauna wasser ja mein lieber er langsam jetzt kritisch ja lass mal noch hier hast du vielleicht bei mir gegriffen zu werden ich kann es sein ziehen wir einfach noch ein display raus bild zu will so will ich kann jetzt mal hit naja ich habe gerade eine code karte gesehen die war miese prise handy weg da gab es so eine frau die fängt mit v an und hört mit anessa auf und die war dann ein bisserl eine genau ein esser und dann hat er gesagt handy weg ja aber warum das muss ja irgendwas dann vorher muss er irgendwas getriggert haben dass er das sagt man durch doch ja ich weiß nicht warum ich eins mehr durch freundes mehr gas geben und netze von mir dann müsstest du ja noch eins weniger haben ich hole es einfach eins auch und dann ansonsten ist tim schuld abhebefehler also damals doch da haben wir es doch damals doch wer sonst die sind wir direkt dabei abhebefehler aber bei so einem high roller muss man schon aufpassen das ist manchmal extrem da ihr müsst eins verstehen wir müssen da halt auch die kosten reinholen wir verdient damit nichts der ist absolut mehr verdient gar nichts mehr legen da drauf das ist alles für euch das ist absolut nur für euch immer wisst ihr was wir mit grenzen 2000 am tag 2000 umsatz gemacht aber was ich sagen wollte ich habe ja das auch mir im detail angeguckt und da war schon viele aussagen dabei wie ja mehr legen da ja drauf und naja klar und wenn man da alles weg ja natürlich ja und dann recht mal durch ne was dort hat sich am ende vom tag dann drin war das ist man das wäre traurig das wäre traurig wenn das ist schon gewesen wäre ja alternativ hätte jetzt ruhig so aber ich weiß noch als die auf sein können als du die es mal gezogen ja was gar nicht freut du sagst wie mehr ich war verlieren immer verliebt verliert und verlieben verloren vergessen sagen ja immerhin ein alter hat ihm gut abkommen das war der team tanja das gesagt tanja gesagt 5 5 stark ne aber meinst du die wandert in die kasten booster oder meinst du die wandert in den shop oder wandert sie in meine hosen 2 20 wir werden ja sehen was damit passiert könnte man auch in betracht ziehen 3 0 lats ja das ist kein chester und idle kann man laut sagen mensch gönnrad gönnrad adenauer ist auch ein guter freund von mir so mein lieber last pack magic bei mir ist auf jeden fall bei mir ist jeden fall müll deswegen mache ich mal den wie sie geiert sie wollte wissen ob last pack magic oder lost lost pack magic aber ich habe auch schon gegeiert deswegen weiß ich das aber display war auf jeden fall für drachen waren ja war stabil ist doch leider schon gute nacht wünsche euch allen einen schönen abend und einen guten wohnen ebenso leo und wir verabschieden uns auf dem video auch auf jeden fall ne deswegen ich würde sagen oder halt daumen nach unten wenn der content müll ist genau einmal frohe ostern gute rutsch schöne weihnachten in diesem sinne macht es gut tschau here we go where we go again trying hard but you wanna be my friend in a place to ride in a wonder want to here we go where we go again come a bluff on my beer till the end am going am 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 am